Es schien so, als müssten sich die Verzweifelten Mut zusprechen. 26 Gegentore hat Herzlake daheim schon in 8 Spielen kassiert und dann heute Hannover zu Gast, die Mannschaft mit dem stärksten Sturm. Also eindeutige Vorzeichen. Wer aber dachte, die schwarz-roten Gastgeber würden sich ängstlich verkriechen, sah sich getäuscht. Die sechste Minute, Masukiewicz, ein Auftakt, der Appetit auf mehr machte. 15 Minuten vorbei, Hannover noch ohne echte Torchance. Stattdessen wieder die Gastgeber. Hofhardt, Flanke auf Masukiewicz. Die Hasetaler Zuschauer, 1500 waren es heute, trauten ihren Augen kaum. Geschlagene 20 Minuten dauerte es, bis der Tabellenführer das erste Mal gefährlich vorne auftauchte, Milo Vanovic, mit der ersten Gelegenheit. Nur noch ein einziges Mal sollte der Tabellenführer im ersten Durchgang Torgefahr ausstrahlen. Wieder war Milo Vanovic beteiligt. Hier die Kopfballoblage auf ihn. Ball verfährt knapp das Tor, Halbzeit 0 zu 0. Der Favorit enttäuschte. Was ist los? Ihre Torfabrik, die läuft noch nicht so richtig. Ja gut, die Herzlager stehen massiert hinter drin und wir haben einige Hochkaräteschancen gehabt. Allerdings ist es immer schwer, wenn mit 7, 8 Mann verteidigt wird und dann muss der Ball erstmal reinrutschen. Also hoffen auf Halbzeit 2. Trainer Fanz verzichtete vorerst auf Auswechslung. Drei Minuten waren gespielt, als Krenz diese gefährliche Flanke schlug, die Herzlager den Ball nicht wegbekamen und Milo Vanovic zur Stelle war. Das 1 zu 0 für den Favoriten nach 49 Minuten. Schön, wie Krenz diesen Ball spielte, Ellendorf mit Problemen, danach etwas Unordnung in der Hintermannschaft der Gastgeber und Milo Vanovic mit seinem 13. Saisontor. Herzlarkes Antwort ließ nur 8 Minuten auf sich warten. Langer Pass auf Spielertrainer Foppe, der im Zweikampf mit Krenz Und was sagt Schiri Kalb? Er sagt Elfmeter. Schwer zu beurteilen, ob es wirklich ein Elfmeter war. Letztendlich zählt aber nur die Schiedsrichterentscheidung. Also in der 57. Minute die Chance zum Ausgleich. Sieh was pariert. Foppe verzieht. Vielleicht war es ja die ausgleichende Gerechtigkeit. Jetzt, so mutmaßten viele, ist Herzlake endgültig K.O. Nur 2 Minuten nach dem verschossenen Elfmeter. BGG und die Chance mit dem 2 zu 0 für so etwas ähnliches wie eine Vorentscheidung zu sorgen. Alles schien seinen geordneten Verlauf zu nehmen bis zu diesem eigentlich ganz harmlosen Zweikampf. Es gab Freistoß für Hannover. Aber es gab nicht nur Freistoß, es gab auch noch die gelb-rote Ampelkarte gegen Libero Rasijewski. Warum denn dies? Empörung, Aufregung auch bei Trainerfans. Gelb-Rot gegen den Hannoveraner Rasijewski. Warum? Wieso? Weshalb? Der Schiri gibt die Antwort. Weil ich den Spieler Rasijewski mehrmals aufgefordert hatte, den Ball zu spielen. Und da er dies nicht tat, habe ich ihn verwarnt. Und da er schon gelb vorher hatte, hat er gelb-rot von mir erhalten. Also Hannover ab der 76. Minute nur noch zu 10. Jetzt witterten die Hasetaler erst recht Morgenluft. Zwei Minuten nach dem Feldverweis. Pass auf Meierrenken. Und der Ball ist im Tor. Das 1 zu 1 nach 78 Minuten. Freudentänze an der Herzlager Bank. Aber die Hannoveraner waren sauer, dass dieses Tor gegeben wurde. Meierrenken soll hier mit gestrecktem Bein gegen Sivers eingestiegen sein. Schiri Kalb sagte Tor. Also 1 zu 1, 12 Minuten vor dem Ende. Dann gab es die nächste Ampelkarte. Jaskin faulte Dworzak. Der Schiedsrichter blieb konsequent. Jaskin runter. Die letzten Minuten nur noch 10 gegen 10. Noch 5 Minuten. Freistoß Hannover. Reinhardt und der Pfosten. Es sollte die letzte Chance in einem unterhaltsamen Spiel gewesen sein. Bei dem am Ende die Herzlager das Remis bejubelten wie einen Sieg. Und so entstehen, glaube ich, wahre Männerfreundschaften. Wir haben nicht nur gekämpft, wir haben auch gut gespielt. Um gegen so einen Gegner gut zu spielen, ist halt schwierig. Und wir haben das gemacht, was wir konnten. Erst gekämpft, dann gespielt. Und ja, ich bin uberglücklich. Was soll ich sagen? Immerhin sind wir noch ungeschlagen dieses Jahr. Allerdings mussten wir das Spiel heute gewinnen. Waren auch drauf und dran. Sind in Führung gegangen, mussten das 2-0 machen. Und dann haben wir es natürlich auch noch mit dem Schiedsrichter, mit anderen zu tun gehabt, die da eifrig mitgeholfen haben. Die 96er, also stinke sauer auf den Schiri. In Herzlager aber könnte es gut sein, dass zur Stunde immer noch kräftig gefeiert wird.